Hallo und willkommen zur zweiten Folge der Videoreihe Edgar erklärt. Mein Name ist Edgar und heute erzähle ich euch drei Fakten, die ihr noch nicht kanntet, zum Thema Fahrradfahren. Fakt 1. Das Fahrrad wurde 1817 damals noch als Laufrad erfunden und dann stetig weiterentwickelt. Seit dem Jahr 1890 hat es sich, bis auf verbesserte Materialien, Lichter und so weiter, aber nicht mehr wirklich verändert. Als das Fahrradfahren erfunden wurde, warnten Wissenschaftler vor einem sogenannten Fahrradgesicht. Man glaubte damals tatsächlich, dass sich das Gesicht durch den Fahrtwind verformen könnte. Fakt 2. Bei einem Arbeitsweg von 5 Kilometern stößt jeder, der mit dem E-Bike statt mit dem Auto fährt, 2,2 Tonnen CO2 weniger pro Jahr aus. Fakt 3. Laut Weltgesundheitsorganisation spart jeder Mensch, der regelmäßig mit dem Fahrrad fährt, den Gesundheitssystemen durchschnittlich 2.000 Euro pro Jahr. Natürlich profitiert dabei neben der Volkswirtschaft vor allem man selbst, da sich durch regelmäßiges Fahrradfahren unter anderem das Risiko für Herzkrankheiten um ein Vielfaches verringert. So, das war es auch schon mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen geht es dann um das Thema E-Mobilität. Bis bald. Zuhören. 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 Zuhören.